ich bin echt wurscht dass du mich nicht erwartet aber das ist schon das ist passiert ist okay opa lust hat ruhig aufzulabern sagt ja oder nein weil du mit bröcki leute nice du mit bröcki 1 leute was will man mehr spielen hier mal einen teig an würde ich sagen obwohl leona auch geil wäre ich bin peik an erstmal ich hab schon wieder hunger leute wir haben tolkien und bröcki im team was ist jetzt los hier am start oder was eine ganze lobby aber sind du und bröcki gar nicht du doch ich wollte schon sagen okay du hast mir die last pick gegeben du stinker wieso weil ich auf dem desktop war wie man sich das als last pick machen sollte verstanden verstanden du bist also eine vladimir legende nee ich bin sehr gerne ich finde ich habe auch aktuell stark wurde heute morgen sogar in korea gespielt auch gewonnen das erste mal dass er gespielt wurde dieses jahr in korea aber ich verliere die meisten games ich bin super nicht in eurem game ich habe nicht gezockt für wochen jetzt perfekt dann ist er finde ich schon gemisst mein gott der rückmann spiel gegen gamma jussi das wird gar nicht gut ist glaube ich der andere enkel oder andere andere kursen der gamma jussi ist natürlich auch eine legende ich habe keinen heal für dich mein freund du hast keinen heal warum nicht weil ich meine man immer tp spielt wie sprichst du mit mir so wie man mit 100 lp masterspielern sprechen muss was ist euer eindruck top laner mercedes port oder mit ignite was habt ihr lieber im team top laner und pike sind übel gut zum pushen hast du mehr gespielt in letzter zeit oder nicht so viel aber ich habe nicht mehr so viel also bei der gamescom hat ein paar games gezockt weil trage ich sie keine videos mehr für youtube müssen es ready machen woher es kommen bald da muss man auf faker warten ich freue mich auf ihn das kannst du dir sichern dass ich jetzt leiten werde gibt es nicht auch in der drei diesen winter wieder ein split das ist glaube ich einfach das winter turnier oder ich glaube ich glaube ich weiß es nicht wenn kann ja mit dem wohnen aber ist sehr weit weg ist natürlich sehr bitter oh mein gott der killt uns alle fucking die ego gaming ich würde sagen wir schwimmen von mich rum ich denke auch so viel writing spielt richtig lust auf league also jetzt noch ich habe mir nach der ganze zeit mal einen tag eingeschlossen in meinem zimmer und habe nur gezockt das war so geil ist der genre hier oder meinst du glaube ich glaube ich glaube ich habe den typ mir beiler holy shit scanner holy shit scanner der steigen oder hat den gemisst stinker aber es hat funktioniert ich fand super ich freue mich auch so oft eure playoffs ne also eure mittwoch musste carsten mit johnny mittwoch ja nächste woche mittwoch ja ja klar ich sehe alles du kannst auch gerne mitmachen wenn du möchtest machen wir haben nächste woche mittwoch unsere div 2 relegation online offline aber du wohnst gar nicht mehr in spandau tor gehen ja ich bin nicht weit weg dienstag sind wir bei eintracht spandau im office für bootcamp aber geht denn auch was essen oder wird der einfach nur zocken dann weil ich will mehr zum social leisten kommen als als jetzt unbedingt also ne ging eher um carsten wenn du bock hast ach so aber du bist auch herzlich zum essen eingeladen okay ich guck mal ich dachte nicht das hat sie mich reingerechnet nächste woche noch als account dann da muss ich gucken wie es halt aber ja ich bin echt wurscht das ist für mich ich hab einiges erwartet aber das ist schon heilige scheiße was ist passiert das war halt sehr langsam was soll ich tun ist okay opa wir kriegen das schon hin oh mein gott das gab ich auch lange gespielt da hat er erstmal den r-knopf gesucht mit dem mit dem adlerfinger ist das geil das bettet ihr auch eine gewisse sicherheit der weiter exklusen ich bin einfach nicht nicht er hat in css in der land ist auch das ist auch schon krass ist die dritte queen gespielt und die dritte verschiedene also haben wir gerade ganz heiß im rennen der champion jetzt der bürger der hat unfassbar winrate habe ich gesehen ich mir vorstellen dass sie so geläubt die könnte aber das ist gar nicht oja ich glaube wir gewinnen drei in drei space auch keine old ne ich weiß nicht dann wird es vielleicht doch ein bisschen zugang haben zu können die ist hier 100 prozent ich bin da ich bin ich bin jetzt benutzt noch spielen oder nicht geiler zock hier er ist nicht da sollte darauf aus der iq komisch seit dem patch ist es so wird die bricht einfach manchmal abwaves ist jetzt auch dort was hier los was ist denn der los ollen wo ist dein problem ich dachte was zurück es fühlt sich echt komisch an seit dem patch ich denke ich dachte schon ich bin dumm also sie haben angepasst dass du jetzt wenn du erzählt bist fähigkeiten direkt danach spammen kannst also kannst du den knopf gedrückt halten statt zu spammen quasi ich habe das gefühl dass manchmal einfach abbricht und ich dann nur diesen kleinen stagger mache anstatt zu channel das ist ganz komisch ja ich hab will dann ich bin keine prio kann ich spielen gegen uns gerade ja ich war halt was willst du von mir was will der von mir sauerer mensch mal wieder schönes base woran ist das lästiger playstyle was krass wenn die symbiotic boots ist einfach immer base und immer rechtzeitig wieder da das erste mal glaube ich dass ihr was misst du bist ja so man ich bin so alt aber ich bin trotzdem so geil oder einfach mal gemacht der top noch eine platte was besser für euch ist aber wir gehen aber mitleihen oder ja ich bin vielleicht da hinten gerade wie durchfliegt was brauche ich denn ihr schönes überhaupt wollen wir ein bisschen damage freunde du bist ja turbo fett ruhig wenn ihr sowieso bei instinkt seid dann können wir theoretisch aus dem office da casten oder und dann kommt ihr rein und wir mal ein interview ja das wird schon geil nichts gehauen okay noch was noch was oder damage alter ja weil ich einfach wieso habe ich glaube ich habe ich scheiße habe ich selber finde ich auch genervt mit dem patch jetzt ja da bin ich genervt worden aber naja sieht immer noch gut aus auch 40 gold dann den rest haben ja könnt ihr bin schon durch ich brauche kein gold ne na gut ich bin fertig bin auch sehr sehr fett jetzt ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich bin fertig ich bin im dauer cc alter auch kommen alles tut dass du überlebt hat oder gar nicht aber in sechster kunden habe ich das gehabt ich gehe schon bei der vierte neunter als erst relegationsspiel ja ja und zwei sehr starke mage ist ob ich komme nicht zu viele mehr bis dann die null haben die kultur streit ja eigentlich wirklich höchstens sowohl sind jetzt auf die ego das alte besser geworden ja ja also das geld da also einfach früher besser als first item gehen ist gut mein erst eindruck von für dieses ganz sehr geil muss sagen und sehr smooth zu spiel die chance haben auch alle eigentlich ganz gut bock gemacht obwohl denke ich kann man das game auf jeden fall mal auschecken aber geiler tp set nach irgendwo hier quinn lang gelaufen und ich denke ich bin schon bei ist mit ihren symbiotic boots ich bin verpiss die sau die medias gehen sollen neu welche 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 ist das hier also welcher mma habt ihr ich bin so drei punkte master gerade wenn man hat irgendwas mit 65 oder so aber brücken du bist so gut für diese elo auf und kundig ne sieht man ja vielen dank das ist jetzt aufgefallen ist er hat mich sehr hilfe da bist du verloren im posten oder mit einer troning oder zu kult werden konnte konnte ja so kommen alles gut es ist doch einer stelle brückkehörts wirklich schlecht okay sagte dann hat man vielleicht nicht einfach in zehn eigentlich die kaufen keine mehr Oh, der Scheiß-Ehrschalter. Haha. Ist auf Rampage? Okay. Ja, ich hab auch grad zu viel Spaß. Ja, aber das Game ist genau das gleiche. Die war einfach land irgendwie 1-4 und dann sind einfach rumgelaufen Leute gekillt. Das klappt erstaunlich solide, also es glaube ich einfach, wahrscheinlich hat es so hohe winrate, weil es einfach consistently passiert und anstrengend dagegen zu spielen für alle Beteiligten auf der Karte. Hat sie nur gute lane, though? Wie bitte? Nur gute lane? Ja, ja, 100%. Wenn du nicht range bist, ist das Quillen lane sehr anstrengend. Quillet hier all-in. Ich bin langsam rei-rotiert. Also, so unerfolgreich wie eben geht, aber ich werde all-in. Ich hab gleich nen geilen Clank. Oh, der braucht mich nicht wahrscheinlich, oder? Wir gucken. Mirando. Ist das ein Angle, wo der's hittet? Cry. Not even close. Element twist. Da wieder Schadenteuer gehen, Leute. Plop. Misplay von Ziri. Ich glaube, es ist fein, dass wenn sie ein 6 steht und nicht 7-1, dass sie stirbt, I think. Yes, yes. Könnte eigentlich noch Drag Fighter mit Strat rüberlaufen. Könnte so ein bisschen gay rüberlaufen, wenn er wills. Sorry, ich war gestern bei der Comedy Night. Ich bin sehr lustig. Mhm. 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 Ja, Uwe. Auch dabei. Und Quinn heißt nicht Uwe. Ja, Wattung glaub ich. Zehn Minuten, dann haben wir den. Ich bin ja mal mit Ash... Oh mein Gott. Überlebt ihr das? Sag bitte einfach ja. Ja. Nice. Das war ne Funrunde. Gigi. Mhm. Ja.